Und die Stadt leuchtet blau. Irgendwann komm ich hier raus. 30 Minuten noch. Fuck. Ihr TikTok-Groupies seid doch sicher schon alle ganz wild auf den Energy Song Contest. Drei Bands mit den meisten Klicks kommen ins Finale. Wir werden von der Cola-Light-Werbung angegriffen. Haben wir uns schon mal gesehen? Aber das ist zu meiner Putzfrau einfach nur verdammt ähnlich. Ah, hier ist für die Putztruppe tabu. Was soll das da unten eigentlich sein? Hangover Teil 8? Tim, wenn ich mir die Hose scheißen sollte, schmeck einfach weg. Nach dem Abi machen wir einfach nur noch die Band. Robi landet wahrscheinlich im Knast. Mic check. Alter, das lässt schon sofort. Was willst du dafür haben, dass ich es behalten darf? Hey, das war... Richtig geil. Das war meine Stimme. Willst du flirten oder willst du mit mir Sound machen? Ich check dich nicht, okay? Wir machen uns Haschgalkau. Jetzt hat mir mein Arzt verschrieben. Super für die Muskeln. Na ja, ich spüre da gar nichts. Okay, warte noch mal. Ich glaub, du nächelst gerade. Oh Gott. Das ist schlimmer als meine Scheidung. Was hast du getan, Elle? Hast du dir viel Geld als menschlichen Tisch benutzen lassen? Du hast dem Tüt in die Rücke geschrieben. Ich kann einfach nicht glauben, dass du mich angelogen hast. Lass uns das Song zusammen machen. Für die Welfin. Ich bin meine Fehler. Ich bin meine Fehler. Ich bin meine Fehler. Richtig mach. Ihr seid jetzt stoned. Ich bin meine Fehler. Ich bin meine Fehler. Was ist denn, wenn ich euch beweise, dass wir es schaffen können? Als Band. Ich bin mein Fehler. Ich bin mein Fehler. Ey, du weißt schon, was wir im Rudel alles teilen, ne? Nein. Ich bin meine Fehler. Ich bin meine Fehler. Ja, womit hat euch der YouTube-Algorithmus diesmal angefixt? Äh, wir gucken Pornos. Aha, weitermachen.